Hallo Freunde des gepflegten Systemwechsels. Viele von euch tragen sich bestimmt gerade mit dem Gedanken, dieses alte, schwere, unhandliche Spiegelreflexklump, das keine Zukunft mehr hat, endlich abzustoßen und stattdessen ein zukunftssicheres, kompaktes, spiegelloses System anzuschaffen. Ich habe diesen Prozess gerade hinter mir, allerdings in umgekehrter Richtung. Zu Beginn fasse ich mal kurz meinen bisherigen Weg durch die Kamerasysteme zusammen. Es begann 2007 und damals war der Markt noch etwas übersichtlicher als heute. Es gab keine spiegellosen Systemkameras, nur die mit Spiegel. Und die hatten auch alle noch kein Live View, man hat halt durch den Sucher fotografiert. Es gab die zwei großen Hersteller, Canon und Nikon und dann gab es noch ein paar kleine Konkurrenten, Sony, damals noch kleiner, ja, und Olympus und Pentax. Pentax hatte ein Superpreis-Leistungsverhältnis und sie hatten einen Bildstabilisator im Gehäuse, damals schon, haben die Konkurrenten die meisten bis heute in Spiegelreflexkameras nicht zustande gebracht. Damals ist also meine Entscheidung auf Pentax gefallen und ein paar Jahre später habe ich die K10D durch eine K5 ersetzt und dabei bin ich bis zum Jahr 2018 geblieben. Ich habe mich auch immer sehr wohl gefühlt mit diesen Pentax-Kameras, allerdings weniger mit den Objektiven, die ich damals hatte. Vor allem das Standard-Zoom, das war damals ein Sigma 1770, das war dezentriert und eigentlich kaum zu gebrauchen. Und auch ansonsten hatte ich da nichts besonders Hochwertiges, war ja teuer. Und ich hatte eigentlich die Wahl damals, entweder ich tausche endlich diese Objektive aus, oder ich wechsle das System. Objektive austauschen hätte bedeutet, ich hätte in Richtung Vollformat gehen müssen, weil irgendwann in ferner Zukunft wollte ich die K1 haben, die damals schon auf dem Markt war. Aber Vollformat-Objektive waren so teuer, war damals keine Option. Also ging es eher in Richtung Systemwechsel. Ungefähr in dieser Zeit ist dann meine Frau irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, sie hätte auch gerne eine Kamera. Eine möglichst kompakte kleine, aber sie soll mehr können als das Handy. Und da war für mich natürlich klar, wenn die deutlich mehr können soll als das Handy, dann muss es eine Systemkamera sein. Und wenn sie möglichst kompakt sein soll, Micro Four Thirds. Da gab es zwar auch noch die superkompakten Systeme wie Nikon 1 und Pentax Q, aber die waren sonst ziemlich am Ende. Und die Kamera, auf die es am Ende hinausgelaufen ist, war eine Panasonic GF7. Nachdem ich damit dann ein paar Bilder gemacht hatte und den Lightroom betrachtet und festgestellt, wie viel schärfer die sind mit dem einfachen KIT-Objektiv als vorher mit meinem 1770, da habe ich dann beschlossen, das ist ein gutes System, das nehme ich auch. Und meine Kamera wurde dann eine Panasonic GX80, mittlerweile ersetzt durch die große Schwester GX8. Damit hatte ich ein schön kompaktes System, immer noch die gleiche Sensorauflösung wie vorher, aber schärfere Bilder und war eigentlich ganz zufrieden damit. Ich hatte immer noch so ein bisschen im Hinterkopf den Wunsch nach Vollformat, aber na gut, das konnte dann noch ein paar Jahre warten. Und ich habe mir vorgenommen, wenn es dann mal soweit ist, dann vergleiche ich ganz ergebnisoffen, was der Markt gerade hergibt und nehme das System, das mir gerade am meisten zusagt. Ja, aus welchen Gründen wollte ich eigentlich dann zum Vollformat wechseln? Ich hatte drei Gründe oder vier, sagen wir dreieinhalb. Grund Nummer eins war mehr Auflösung. Ich habe normalerweise ja nicht so das Bedürfnis, ein Bild besonders groß auszudrucken, aber wenn ich mal eine Anfrage bekomme von jemandem, der das machen will, dann will ich auch die Möglichkeit haben, dieses Bild für diesen Zweck rauszugeben. Und außerdem habe ich immer noch ein Interesse an 360-Grad-Panoramen, und habe diese Technik noch nicht aufgegeben und da bringt jeder zusätzliche Megapixel einen echten Vorteil. Grund Nummer zwei, mehr Bildqualität. Diese großen Vollformatsensoren haben nicht nur mehr Pixel, sondern in der Regel auch größere Pixel. Und das bedeutet, die Bilder werden plastischer, also sagt man. Ich glaube, das ist in den meisten Fällen eher Einbildung, aber diese Sensoren, diese großen Pixel, die haben halt tatsächlich mehr Reserven in den Tiefen und bessere Bildqualität bei hoher ISO-Empfindlichkeit. Also es lässt sich einfach viel mehr rausholen. Man muss weniger mit Belichtungsreihen und ähnlichen Spielreihen arbeiten. Es ist viel komfortabler. Grund Nummer drei, weniger Schärfentiefe. Das ist vor allem für Naturdetails ein Thema. Ich habe bis jetzt kaum Bilder von Blumen und ähnlichen Kleinigkeiten in der Natur gemacht, weil ich einfach nie wirklich die Möglichkeit hatte, die vernünftig freizustellen. Und mit so einem Objektiv, einem 2,8er Tele und einer Vollformatkamera, das ist eine völlig andere Welt. Jetzt macht endlich auch Blumenfotografieren Spaß und man hat auch bei Landschaftsaufnahmen viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten über den Schärfebereich. Und Grund Nummer vier, beziehungsweise dreieinhalb, weil es eigentlich ein ziemlich irrationaler Grund ist. Ich muss endlich nicht mehr mit Crop-Faktoren hantieren. Ist auch sehr schön, wenn ich jetzt so ein Video mache. Da muss ich nicht sagen, ich habe hier ein 35mm Objektiv. Das wirkt ungefähr wie ein 50er, auch wenn es eigentlich keins ist. Ne. Also, das hier ist ein 50mm Objektiv und zwar ohne Wenn und Aber. Und 50mm ist eine Normalbrennweite, wie sich das gehört und wie es gefühlt immer war. Ja, ich weiß, Mittelformat-Fotografen, die lachen mich jetzt aus. Und wie gesagt, das ist völlig irrational. Aber Fotografie ist nicht immer nur eine rationale Angelegenheit. Es muss sich auch gut anfühlen. Und ich fühle mich wohl mit 50mm als Normalbrennweite. Wie gesagt, lacht mich aus, wenn ihr wollt. Ich kann damit liegen. So, und was war dann der Auslöser, dass ich mich tatsächlich entschieden habe, jetzt ins Vollformat einzusteigen? Da war zum einen ein Fotowettbewerb, bei dem es eine Panasonic Vollformat-Kamera, eine S5, zu gewinnen gab. Und da habe ich gedacht, so, das ist jetzt die Gelegenheit. Ich schicke mein bestes Pferd ins Rennen. Dieses legendäre Freiburg-Winterfoto. Und wenn ich diese Kamera gewinne, dann, ja, will ich die denn eigentlich behalten? Gute Frage. 24 Megapixel. Ich wollte eigentlich mehr Auflösung. Die Pentax K1 hat 36 Megapixel. Aber Moment, ich wollte ergebnisoffen schauen. Und in dieser Zeit kam dann meine Frau wieder zu mir und hat gesagt, sie hätte jetzt eigentlich Lust auf Analogfotografie, würde sie gerne mal ausprobieren. Da habe ich gesagt, ja, eigentlich habe ich da auch schon lange mal Lust drauf. Schauen wir mal, was es gibt. Und da bin ich natürlich gleich in eine Richtung gegangen, die ich schon kannte. Pentax. So. Bei dieser Kamera hier waren gleich zwei Vollformat-Objektive dabei. 50mm, 200mm. Aber nee. Ich wollte ergebnisoffen schauen. Also habe ich einfach mal meine Kriterien zusammengefasst und gefiltert. Erstes Kriterium war mehr als 24 Megapixel. Zweites Kriterium ein in mehrere Richtungen klappbares Display. Drittes Kriterium ein Bildstabilisator im Gehäuse. Und das vierte maximal 2.000 Euro Neupreis, das man es gebraucht, vielleicht günstiger bekommt. Also schauen wir uns doch mal an, was jetzt gerade auf dem Markt ist. Ja, gute Auswahl. Und jetzt sortieren wir mal die aus, die nicht mehr als 24 Megapixel haben. Okay. Und jetzt sortieren wir die aus, die kein in mehrere Richtungen klappbares Display haben. Und dann schauen wir mal nach denen, die maximal 2.000 Euro Neukosten. Und jetzt noch das letzte Kritik. Moment. Okay. Ja, auch recht. Zum Glück war spiegellos kein Kriterium. Dafür hatte ich mich jetzt wieder für ein System entschieden, das schon seit Jahrzehnten etabliert ist und einen entsprechend umfangreichen Gebrauchsmarkt bietet. Im Gegensatz zu den ganzen neuen Systemen von Canon und Nikon und Panasonic und wie sie alle heißen. Da gibt es tolle neue, teure Objektive. Aber für jemanden, der so auf Preis-Leistung schaut wie ich, hat Pentax da noch einen ganz entscheidenden Vorteil. Ja, dieser war eigentlich spiegellos kein Kriterium für mich, warum war es mir sogar recht, wieder bei einem Spiegelreflexsystem zu landen. Ein ganz entscheidender Grund ist der optische Sucher. Als diese Kamera hier angekommen ist und ich die ersten Bilder damit gemacht habe, das ist ein völlig anderes Gefühl, hier direkt durchs Objektiv zu schauen und eine ganz direkte Verbindung zum Motiv zu haben. Im Vergleich zu dieser spiegellosen Kamera, wo man immer ein digitalisiertes Bild vor sich hat, also nur indirekt das Motiv sieht. Ich bin ja ein Typ, der ungern mehr Digitalisierung und Software und Elektronik und KI und so weiter benutzt, als nötig ist. Also ich mache das ungern, wenn es keinen echten Vorteil bringt. Zum Beispiel so ein Google Sprachassistent, was bringt mir der, wenn ich direkt eingeben kann, was ich suche. Und weiß, dass diese Anfrage eins zu eins so beim Server landet, warum soll ich dann erst irgendeinen undurchsichtigen Spracherkennungsalgorithmus meine Eingabe verarbeiten lassen. Also ich finde es gut, dass es solche Spracherkennungstechnologien und ähnliche Sachen gibt, solange ich nicht gezwungen bin, diese zu benutzen, solange ich auch noch die althergebrachte Möglichkeit habe. Und bei so einer spiegellosen Kamera, da habe ich keine Wahl. Ich muss das digitalisierte Bild benutzen. Bei einer Spiegelreflexkamera kann ich auch noch direkt durch den Sucher schauen und praktisch das analoge Bild, die direkte Verbindung zum Motiv haben. Und ich finde, das ist ein riesen Vorteil. Ja klar, es gibt Leute, die sagen, Spiegelreflex ist am Ende. Die technologischen Innovationen, die finden heutzutage nur noch in den spiegellosen Kameras statt, aber welche von diesen Innovationen brauche ich wirklich als Landschaftsfotograf? Also ich brauche keinen Augenautofokus, ich brauche keine Serienaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde oder was auch immer. Und ich brauche auch kein Touchscreen, wo ich versehentlich Einstellungen verstelle, ich brauche keine High-End-Video-Funktion in dieser Fotokamera. Was ich dagegen brauche, ist eine zuverlässige, robuste Kamera, die klarkommt mit Wind und Wetter und Stock und Stein und dabei eine kompromisslose Bildqualität abliefert für meine Landschaftsaufnahmen. Und nebenbei noch ein vernünftiges Bedienkonzept mitbringt und sich auch mit Handschuhen gut bedienen lässt. Also diese Kameras, ich glaube von Sony, haben da bis zu 20 Tasten, die man alle mit einer eigenen Funktion belegen kann. Das ist ja schön und gut, aber ich finde es viel angenehmer, wenn gleich alle Funktionen da sind, wo sie Sinn machen und man gar nicht das Bedürfnis hat, irgendwo was Eigenes draufzulegen. Und einer der erfolgreichsten deutschen Foto-YouTuber hat dazu mal eine treffende Aussage gebracht. Er fotografiert seit Jahren mit Sony als Hauptkamera und ist eine super Kamera, die kann alles, aber sie macht einfach keinen Spaß. Diese Kamera hier macht Spaß und ich fotografiere als Hobby. Hobbys sind dazu da, Spaß zu machen. Und nebenbei bemerkt, diese Kamera hier, die hat vielleicht keinen Augen-Autofokus und keine superschnellen Serienaufnahmen, aber dafür hat sie das, was ich als Landschaftsfotograf brauche, so an Features, zum Beispiel bezüglich Belichtungsreihen. Ich kann eine Belichtungsreihe machen, zwei Aufnahmen im Abstand von fünf Blendenstufen. Wenn ich fünf Blendenstufen abdecken will, dann brauche ich bei Panasonic nicht siebener Belichtungsreihe, weil da nur eine Blendenstufe zwischen zwei Bildern geht, und zwar selbst bei den teuersten High-End-Kameras. Und diese Kamera hier, die kann diese Belichtungsreihe dann auch gleich intern zu einem RAW-HDR-Bild zusammenreichen. Gibt es zum Beispiel bei Panasonic genauso wenig, und auch die Sony A1 für 7000 Euro hat keine solche Funktion. Diese Kamera hat das, was ich als Landschaftsfotograf tatsächlich brauche. Ja, und jetzt hoffe ich natürlich und bin auch relativ zuversichtlich, dass dieses System hier noch eine Weile durchhält. Auch wenn alle sagen, Spiegelreflex sei tot. Ja, das gibt dafür auch kaum Konkurrenz. Und die Schallplatte hat auch die CD überlebt. Das ist jetzt vielleicht kein 100% passender Vergleich, aber nehme ich mal einen anderen Vergleich. Analog-Kameras, also als ich diese hier gekauft habe, da musste ich vorher ja schauen, was es überhaupt gibt. Ich war da ja nicht so 100% informiert über den Analog-Kameramarkt und habe dann festgestellt, das hier ist so ein mittelgasse Modell aus den frühen 80ern. 1980 hat Pentax die LX auf den Markt gebracht als Spitzenmodell. Die hatte weder Blendensteuerung noch Autofokus. Das kam dann in den Unter- und Mittelklasse-Modellen in den kommenden Jahren dazu. Aber die LX blieb vor 20 Jahren das Spitzenmodell. Und die Fotografen, die wussten, was sie tun, hatten nie das Bedürfnis nach diesem neumodigen Schnickschnack. Und eine gebrauchte LX, die geht heute für 200 bis 400 Euro weg. Die Modelle einer der zwei Klassen drunter mit Autofokus, Blendensteuerung und allem drum und dran, die kriegt man für ein Zehntel des Preises. Okay, vielleicht rede ich es mir gerade auch nur schön, aber Fakt ist, ich habe jetzt diese Kamera hier. Die ist genau das, was ich brauche und das wird auch die nächsten Jahre so bleiben. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt, womit filmt ihr eigentlich die ganze Zeit? Die Kamera kann sie ja nicht sein. Ich gebe zu, ich habe nicht das ganze Micro Four Thirds System abgestoßen. Ich habe eine Kamera, eine GX8 von Panasonic, behalten und die filmt. Und die kann das deutlich besser als dieses Riesending hier. Dafür ist sie echt praktisch. Und wenn ich wandern gehen will und es mir ums Wandern geht und nicht ums Fotografieren und ich trotzdem was dabei haben will, dann nehme ich natürlich dieses kleine, leichte System mit, das man kaum merkt im Rucksack. Oder auch in Situationen, wo es ganz praktisch ist, wenn man unbemerkt fotografieren kann, wenn es niemand so direkt mitbekommt, zum Beispiel auf einer Familienfeier. Da ist so eine kleine Kamera auch ganz praktisch. Und es gehört natürlich die altbekannte Fotografenweisheit, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Und wenn ich kein großes Gewicht mit mir rumschleppen will und trotzdem bereit sein will, durch das eine oder andere Foto zu machen, wenn es sich ergibt, dann finde ich es ganz gut, dieses kompakte, kleine, leichte System dabei zu haben. Aber wenn ich wirklich fotografieren gehen will, dann bin ich froh, das hier dabei zu haben, das hier und die, wie gesagt, kompromisslose Bildqualität zur Verfügung zu haben. Und das soll es jetzt für das Erste gewesen sein von mir zu diesem Thema. Bleibt mir noch, euch viel Spaß zu wünschen beim Fotografieren weiterhin, mit welchem System auch immer. Ich bin sicher, ihr habt euch genau das Richtige ausgesucht für eure Bedürfnisse. Und wir sehen uns beim nächsten Video dann hoffentlich wieder mit mehr Bildern, die damit und damit und damit entstanden sind. Bis dann. Tschüss.